Was ist das jetzt gewesen? Fremde Pils, sag ich dazu nur. Ich hör's knistern. Ich hör's knistern. Fesch. Scheiß Wiescher. Ihr habt Zahn gezündet, ich schieb alles auf euch. Fesch, Wiescher. Ja, mein Gott, zack. Hast du Erde? Ich ne, warte mal kurz. Ich weiß nicht, ob ich sie zählen soll, mal hoch. Ja, glaub ich, keine mehr. Ich hab' den Leitsprecher mir noch nicht. Was? Ich hab' den Leitsprecher mir noch nicht. Was? Ähm, sagt man, äh, was soll ich nehmen? 10, 12 oder 18? Was? 10, 12 oder? 18. 18. Gut. Silk Torch. Gucken, was das kann. Ich hab' den Leitsprecher aufgerüstet. Ich hab' nicht gerade meine Schaufel aufgerüstet. Sag' mal was. Geil, der Trop, der Trop ist Glas, äh, Gras. Gut. Ja, aus. Ich hab' den Spack hier, okay. Ist er doll. Ich hab' den Spack schlecht gelegt, oder? Oh, jetzt mache ich mal kurz zumissaßig gleich, ne? So. Ich hab' den Spack, sie ist scorglich, ja? und ein Koffer nicht um die Dinger reparieren er hat zwei übernommen auch wenn du vierer Diensten könnte aber werden nicht einfach nur Eisner einnehmen schade mach ich mir mal nicht mehr aber zu mir wenn die Welt noch bei geboosteten Prozent meint sie mit mit Prozent sind folgt dort aber das aber zu einem Maler und drück ich hätte das ist jetzt in der Forschung mit sobald jetzt die zwei zusammen auf sich aufs ausprobiert oder zu den normalen Köln zwischen und die beiden können beschädigt sein denn im Sitzel fast zerstörte und rüsten zu sehen machen das muss ich gehen sie sind auch in der Freude mehr durchspinnt im Grafen das war freundlich und von dem Setzen bei den Fiechern noch das Geld ist Prozent von März schon mal selbst zu dem selbstständig ein Sender das ist komisch mehr bis zu den überhaupt das bleibt eine ungewünschtes alle betreffend also den Dienstag zum Beispiel dass die Vieser sich zu vermehren können Nein! Jetzt vermehren sie sich! Oh! Oh! Ich bleib einfach mal drauf stehen! Ich hab noch eine Skelette! Vorne die Pfeile! Geht das an der Reihe zu sterben, ihr braucht euch nicht vordrängeln! Ich brauche extrem viele Pisten! Kann man sich selber auf die Plattform stellen? Ja Einfach mal stehen bleiben, einfach mal so was sie zum Schiff Koffer in Europa erschossen, der zweite wurde erschöpft. Das macht mild! Das ist gut. Das ist besser. Das ist besser. so ausbau der zuckerware ist fertig zuckerware streitet euch dort mal kurz allein ist es raus die Köln sind sie schon weiter da drinnen weiter woche Freude alle zusammen das muss doch das ist eine ganze Verbot So und du kommst mit der Türe nicht schnell. Geht er mal jetzt weg. Geht weg. Lass von Mann sich dann morgens sie sich selber ab. Was ist das mit seiner Familie? Jörg, Oli? Markel, gib mir erst mal eure Items. Dann könnt ihr sterben. Ich muss sie doch theoretisch einschlagen, ne? Ich muss sie doch theoretisch einschlagen, ne? Ey! Wer hat jetzt wollen, das müssen wir auch draußen. Mama! Da liegt was Schönes für dich. Danke. So, warte mal kurz. Hey, hier hast du noch ein paar. Was ich können holen. Wie viel ich drin hab? Ist mir egal, was ich trotzdem möchte. Ich werde das Zelt langsam, wie noch mal, so richtig, äh, hier, als, ne, wie es mein, äh, als Ersatz, falls es mal sein sollte, dann noch nehmen wir den Sporn, doch man dann tausend Stück davon hat, vielleicht so nicht erst untersuchen muss. Nee, 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 nee. Sch das ist ein Schwein hier haben kann jetzt Prozent im Köln was kann man jetzt Prozent auch egal aber so ist jetzt gerade sagen Nils ging doch nicht Sachs auch mit dem Motiv genau das Wurzeln Klinik okay ob sie sein wenn ich muss sein wenn ich brauche diese in diesem Platz er ist es so geil ich muss kommen und stand für noch mal ich komme und wenn er Ja, 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 pass auf jetzt, der Bass. Pass auf jetzt. Der Bass ist so geil. Noch einer, noch einer. Hat einen Zeichenangriff hinter mir. Papa, komm her, du musst mir helfen. Ja, er kommt zu mir. Los, mach Bumm. Ich hab keine Hühner mehr. Das ist doch egal. Leute, das Hund ist da unten, das Hund ist da hinten. Hey, Bumm. Bumm. Das finde ich jetzt schon mal ne ganz doof, die Idee. Das kennt die nämlich einen Huhn drinnen. Geht da weg. Ach, die können sie selber einen und sterben. Nein, die sterben nicht. Die sind die Renden im ganzen Metzländer. Toll, ich hab noch ein Huhn. Und ein Ei. Ein Huhn, ein Ei. Ich hab noch ein Huhn, ein Ei, ob ich immer kann mit Dingsbruch. Ich hab noch schneller was. Ich hab noch ein Huhn, ein Ei, ob ich immer kann mit Dingsbruch. Ich hab noch schneller was. Ist das traurig oder traurig? Keine Ahnung, irgendwann beten. Ich mach mal den Bass wieder. Warum was hier oben muss, Stein. Ich hab noch ein Huhn, ob ich mir kommt, ein Weilbumm tut. Also ich bin ja... So, ich schuhe mir jetzt noch ein paar neue Hühner. Ich kann dir ein paar auch geben. Nee, komm mal hier rein. Oh, oh, nee, 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 nee. Zwei, vier. So, das ist echt schön, müssen reichen. Alle brennen, brennen. Warte, warte, warte. Dein Dings brennt, dein Dings brennt. Dein Dings brennt! Dein Dings brennt! Dein Dings... Dein Dings brennt. Grrrr. Dein Dings brennt. Dein Dings brennt. ...brennt. Dein Dings brennt. Alter hat noch ne dassel' Idee. Ist es mit? Alter, ey, ich komme gerade wieder raus. Machs Boden! Komm, wir machen die Schafsform jetzt weiter, ne? Alter, bei mir lag es. Die Backendurste-Ding! Komm, wir machen die ganze Schafe. Wer will? Mach die wieder weg, kannst die wieder wegmachen? Nein. Was hast du da getan? Lachserei. Darf ich? Was? Komm! Füße! Ehe! Füße, haupt schon, nu? Siehe trägt sich, ihr habt sich auch noch gewalt, ich komm rein. Achtung, sie kommen alle zu mir. oh den brennt ey nein ohne Feuer die Feuerhütte ok reicht Alter, der Ton brennt hier! Komm schon los! Warte! Warte doch! Komm schon los, komm! Die Wiese brennt! Ich evokariere gerade! Die Wiese brennt! Die Wiese brennt! Komm schnell los! Ey, Alter! Wir brauchen ein neues Gehege! Hilfe! Neues Gehege! Reparier mal das Gehege irgendwie provisorisch! Die will ich behalten! Die Wiese brennt! Warte! Warte! Scheiße! Scheiße! Auf welches Material! Nein, nicht die gute Falle! Die Wiese ist egal! Die hat's gebrannt! Die hat's gebrannt! Na und? Das geht's ganz raus! Das geht's ganz sterben! Das geht's! Und jetzt geht's Babys! Los! Hier habt ihr Wolle! Äh… Habt ihr wollt?! So! Guck mal was hier so dröber was abgeht! Achso ihr wollt auch noch... ja Jürgen sind die im Gehege Kostel der Beobacht alle die Einladung mit dem Sehen Heinz, ah dort hier Nee, jetzt dort Leute, keine Eier Ich kann keine Eier am Boden Ende So, das war's für die Ausnahme Tschüss Musik